viele menschen die meine videos schauen oder die zu meiner praxis kommen und vielleicht vor einem moment ein gefühl haben von ja genau jetzt habe ich es gefunden jetzt weiß ich jetzt kann ich mich selbst sein jetzt darf ich sagen was ich denke jetzt kann ich endlich meine visionen meine vision anschauen und verwirklichen dann haben sie meistens die frage eben ja wie kann ich das halten aber das worum es genau geht ist es eben dass ich rede nicht über etwas was man halten muss festhalten muss das worüber ich rede ist dass das was wir wirklich sehen ist unabhängig von ängste sorgen schwankungen des lebens es ist etwas so einfach und so simpel im grunde das ist das reine da sein und das ist immer da das ist nicht etwas wo man man halten muss nur dass wir das nicht wahrnehmen oder dass wir das vergessen haben wie man das wahrnimmt ja haben das gefühl es ist weiter weg von uns aber es ist immer hier wir sind immer hier so wir mussten versuchen wirklich alles loszulassen und das geht am einfachsten indem man wirklich nur schaut was jetzt los ist was höre ich jetzt was sehe ich jetzt wenn man kann sogar die augen zu machen damit man noch weniger weniger eindrücke hat und wenn man alle eindrücke weg macht außer wirklich nur das was jetzt ist das heißt ohne gedanken ohne bewertungen der situation wirklich nur da sein dann füllt man eben diese präsenz das reine da sein das reine da sein und dann muss man nicht halten festhalten und hoffen dass es nicht weg geht es ist da so du kannst auch den versuch machen indem du eben die augen zu machst und einfach nur hörst meine stimme das was um dich herum ist und dann fühlst du vielleicht deinen körper den sessel oder wo auch immer du sitzt und erst mal nur wahrnimmst nur wahrnimmst wenn du wahrgenommen hast dann bleibt nur bleibt nur die frage wer nimmt all das war du könntest jetzt sagen ja ich aber was ist ich wenn ich frage wer bist du dann fängst du bestimmt an deine geschichte zu erzählen oder erzählen dass du zu dick oder zu jung oder zu alt bist aber ich rede nicht von diesem ich von dieser person ich rede von dem ich dir eben einfach nur wahrnehmen einfach nur wahrnehmen dass die existenz da ist so versuch wirklich alles stehen zu lassen augen zu und nur wahrnehmen ohne dass du an deine vergangenheit dich erinnern muss nur wahrnehmen wahrnehmen dass existenz da ist dass du selbst existierst dass du selbst existenz bist teil der existenz wenn du möchtest es ist nichts religiöses es ist nichts philosophisches es ist eine einfache sache du bist einfach nur da als ob du fliegen möchtest und du packst deine ganze vergangenen zukunftsgedanken ideen über dich selbst alle rollen du irgendwie gehabt hast einfach packst in den koffer und abgibst du kriegst den koffer sowieso wieder es ist einfach es ist eine einfache wahrnehmung und das ist der beste halten du haben kannst du das kannst du jederzeit haben dann kann man ja nicht wegnehmen man kann ja wehtun aber auch das kannst du wahrnehmen man kann dich enttäuschen aber auch das kannst du wahrnehmen man kann dich verletzen körperlich selig aber auch das kannst du wahrnehmen du nimmst alles aus dir aus der tiefe in dir war aus einem punkt was nur wahrnimmt und du nimmst zum beispiel war jetzt auch ja jetzt bin ich enttäuscht worden aber du du bist nicht enttäuscht worden sondern ein teil von dir ist enttäuscht worden weil das was du wirklich bist kann man nicht enttäuschen weil er ist immer da es ist einfach bewertungslos er hat auch keine erwartung deswegen kann man auch nicht enttäuschen was enttäuscht wird ist eine vorstellung der leben des lebens deine vorstellung wie die dinge laufen sollen vielleicht wurdest du schlecht oder rassistisch behandelt alles gut dann muss man was dagegen machen gottes willen da muss man reagieren aber die beste reaktion oder die beste verteidigung ist erstmal wenn du zurück zu dir selbst kommst weil auch wenn man dich rassistisch beleidigt hat wenn man dich schlecht behandelt hat wenn man nicht enttäuscht hat wenn man sich betrogen hat man hat immer nur deine person verletzt nicht das was du bist weil tief in dir du bist unabhängig von all dem